Hey, herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation von Chakra Tunes. Diese machtvolle Meditation nutzt das Gesetz der Anziehung. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Du wirst Wohlstand, Gesundheit und Glück in Dein Leben holen. Ich werde Dich in den nächsten zwei Stunden intensiv auf die Erfüllung Deiner Wünsche stimmen, so dass diese sich in Dein Leben manifestieren werden. In der ersten Phase wirst Du tief entspannen. In der zweiten Phase wirst Du Deine Wünsche formulieren und visualisieren. Du wirst Deine Wünsche innerlich realisieren und fühlen. In der dritten Phase wirst Du Deine Wünsche vergessen und loslassen. Du wirst noch tiefer entspannen und einschlafen. In der vierten Phase werde ich über anderthalb Stunden Affirmationen sprechen. Diese werden auf einen besonders empfänglichen und fruchtbaren Boden fallen, da Dein kritischer Geist ruht und Dich nicht länger eingrenzt. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Wir fangen jetzt an. Atme tief ein und dann wieder aus. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug und dann atme wieder aus. Stelle Dir vor, dass Du einen Frieden einatmest und dass Du mit jedem Ausatmen etwas mehr von der Unruhe in Deinem Körper loslässt. Wie die Unruhe mehr und mehr aus Deinem Körper weicht und wie Dein Körper immer ruhiger und leichter wird. Atme tief ein und fühle dabei in Deinem Körper, ob es noch irgendwelche Spannungen gibt und lasse diese entweichen mit dem Ausatmen. Atme die Spannungen in Deinem Körper einfach aus. Entspanne alle Deine Muskeln die Muskeln in Deinen Füßen in Deinen Beinen in Deiner Hüfte die Muskeln in Deinem Brustbereich in Deinen Händen, die Muskeln in Deinen Armen, in Deinen Schultern und in Deinem Nacken. Entspanne jetzt auch die kleinen Muskeln in Deinem Gesicht, in Deinem Kiefer, die kleinen Muskeln in Deiner Stirn und die Muskeln um Deine Augen. Jetzt ist Dein ganzer Körper tief entspannt und fühlst sich leicht und weich an. Es ist ganz still in Dir geworden und Du fällst tiefer und tiefer in Dich hinein. Atme jetzt noch einmal tief ein und beobachte jetzt Dein Denken und mit dem Ausatmen lässt Du alle Deine Gedanken los. Du erlaubst Deinem Geist sich zu lehren und atmest einfach alle Gedanken heraus. Atme ein und dann wieder aus und lass alle Gedanken einfach gehen. Du bist jetzt tief entspannt und fühlst Dich wohl. Jetzt ist die Zeit gekommen um Deine Wünsche zu formulieren. Sei sehr genau mit dem, was Du Dir in Dein Leben wünschst. Umso präziser Du Deine Wünsche formulierst, umso stärker ist die Anziehungskraft, die diese in Deinem Leben manifestieren. Wünsche die Du jetzt formulierst beziehen sich auf Wohlstand Gesundheit und Glück. Wir beginnen jetzt mit dem Aspekt Wohlstand. Wohlstand Fülle Geld Materie Stelle Dir jetzt vor was genau Du in Deinem Leben haben willst. Vielleicht ein neues Auto, eine bestimmte Summe Geld auf Deinem Konto. Stelle Dir vor, was Du haben willst. Erlaube Dir auch zu wünschen. Du darfst Wünsche haben und Du darfst auch materielle Wünsche haben. Es ist okay zu wünschen. Stelle Dir vor, was Du haben willst. und sei dabei so präzise wie möglich. Was willst Du haben? stelle dir jetzt vor, dass die Sache, die du dir wünschst, bereits in deinem Leben ist. Wie fühlt sich das an? Was genau für ein Gefühl ist es, diese Sache zu besitzen? Nimm dir jetzt etwas Zeit und genieße dieses Gefühl, das du jetzt hast. es ist ein wunderbares Gefühl, dass dein Wunsch erhört wurde. Jetzt besitzt du diese Sache, die du dir so gewünscht hast. Gestatte dir, dass deine Wünsche sich verändern können. Du darfst dir heute etwas wünschen und wenn du magst, dann darfst du dir morgen etwas anderes wünschen. Unsere Wünsche und Träume verändern sich. Es ist okay, dass sich deine Wünsche verändern. Folge einfach dem Ruf deines Herzens. Konzentriere dich jetzt auf das Thema Gesundheit. Formuliere jetzt, was du dir in dein Leben wünscht in Bezug auf Gesundheit. Vielleicht willst du ein gesundes Gewicht erreichen. Vielleicht willst du eine Krankheit überwinden. Vielleicht willst du auch einfach ein gutes Gefühl in deinem Körper und deinem Geist. Sei so präzise wie möglich mit dem, was du dir in dein Leben wünscht. Umso genauer du bist in der Formulierung deiner Wünsche, umso stärker wird wird die Anziehungskraft sein und du wirst dir die Dinge in dein Leben holen, die du dir wünschst. Was genau willst du in deinem Leben haben in Bezug Bezug auf Gesundheit? Stelle dir jetzt vor, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist und fühle, wie fühlst du dich jetzt, da diese Sache, die du dir so gewünscht hast, in deinem Leben ist. Gib dich diesem wunderschönen Gefühl ganz hin. Wie fühlt sich das an? Und gib dir die Erlaubnis, dir all das zu wünschen, das du willst. Und gib dir die Erlaubnis, all das zu besitzen, was du wünschst. Du darfst das haben, denn du bist wertvoll und du verdienst es. Und jetzt schau, wie wunderbar sich das anfühlt. Nimm dir etwas Zeit und genieße dieses Gefühl. jetzt wirst du Glück in dein Leben wünschen. Formuliere jetzt deinen Wunsch in Bezug auf Glück. Vielleicht wünschst du dir eine Beziehung, vielleicht eine bestimmte Art zu leben. Vielleicht wünschst du dir einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Freiheit. Vielleicht ist es auch einfach glücklich sein. formuliere jetzt deinen Wunsch so präzise wie es dir möglich ist. Stelle dir jetzt vor, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Jetzt hast du das, das du dir gewünscht hast. Wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlt sich dein Leben jetzt an, da dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Nimm dir etwas Zeit und genieße dieses Gefühl. Gebe dir jetzt die Erlaubnis wünschen zu dürfen. Du darfst dir alles wünschen, was du willst. Es ist gut, zu wünschen. Nachdem du jetzt alle deine Wünsche formuliert hast, ist es an der Zeit alle deine Gedanken loszulassen. Beschäftige dich nicht weiter mit deinen Wünschen oder mit deinen Gedanken. Vergiss deine Wünsche und sie werden aufsteigen. wie innen zu außen, wie unten zu oben. Du wirst immer müder und gleitest immer tiefer in dich hinab. sei dir sicher, deine Wünsche sind jetzt an einem Ort, an dem sie erhört werden. Du entspannst dich immer mehr und bist bereit, in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu fallen. Dein Körper wird schwerer und schwerer und eine angenehme Ruhe breitet sich immer weiter in dir aus. Und während du immer müder wirst und immer tiefer in dich hinab gleitest, kannst du dir sicher sein, dass deine Wünsche bereits an einem Ort sind, an dem sie erhört werden. Bereits jetzt strahlst du etwas aus, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen lassen wird. Du wirst schwerer und schwerer und schwerer. Du bist jetzt so müde, dass es dir nicht mehr länger möglich ist, wach zu bleiben. du entspannst dich immer mehr und dämmerst langsam weg. Vertraue deinem Herzen und folge deinen Träumen. Du wirst all das bekommen, das du dir wünschst. Schlafe du fällst immer tiefer in dich hinab. Du wirst schwerer und schwerer. Du bist ganz entspannt und zufrieden. Ich werde jetzt Affirmationen sprechen. Falls du noch wach bist, kannst du diese wiederholen. Du kannst auch einfach zuhören und dich noch weiter entspannen. Die Affirmationen werden von deinem Unterbewusstsein aufgenommen und werden dich darauf stimmen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Schlafe ruhig dabei ein, denn dein Unterbewusstsein ist auch ohne deine Aufmerksamkeit aufnahme bereit. Deine Aufgabe ist erfüllt. Du darfst dich jetzt entspannen, einfach einschlafen. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Fülle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine feinstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Fülle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich dir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Glück in mein Leben. Meine feinstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Menschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstelle, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Glück manifestiere Glück in mein Leben. Meine falsche schriftliche Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Leben. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue in mein Herz und folge meinen Wünsche schriftliche Wünsche dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und führe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche Wünsche was ich mir wünsche kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand Gesundheit und Glück. mein bin voller Freude und Dankbarkeit da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Glück in mein Leben. Meine vollstufflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfolg gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Führung und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche Wünsche was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. mein bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Mein feindstufliger Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Untergrund sein positioniere mich so, dass meine Wünsche in Erfolg gehen. Ich vertraue meinen Herzen und folge meinen Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schäfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Fülle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Wohlstand bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung geben. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Glück in mein Leben. Meine falsche Flüchtlinge und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wunsch in Erfüllung geht. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und scherpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Fülle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in Leben. Meine falsche stuflige Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. mein unterbrochen sein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche Danke, dass kein Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schaffe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche und alles, was ich mir wünschte, kommt in mein Leben einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Mein feierstof mit Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniere mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Wünsche. Alles, was ich in Wünsche kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Mein Falsch und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche immer vorgehen. Ich vertraue meine Herzen und folge meinen Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche und alles, was ich mir wünsche bin, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung geben. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine falsche Gefühle und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Wünsche in Erfüllung geben. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung geben. Ich bin unendlich und schreife aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Unlangbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche in Erfüllung. Alles, was ich dir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Glück Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Mein feierstufliger Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche schütteln. Danke, dass mein Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schüttel aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Füllung und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche Schüttel. Alles, was ich in der Unendlichkeit kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in Erfüllung. Meine falschstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Untergross sein positioniert mich so dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche gehen. Danke dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schief aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Führung und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche Wünsche. Alles was ich bin und schief kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand Gesundheit, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in meinem Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine feindstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterkunftszeichen positioniere mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue in meinem Herzen und folge in meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schaffte aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche in Erfüllung. Alles, was ich in Erfüllung stehe, kommt in mein Leben einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine feindstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterkursseil positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfolge bleibt. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich bin unendlich und schaffe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine feindstoffliche Gedanken und Gefühle manifestieren mich in der physischen Welt. Mein Unterkursseil positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich bin unendlich und schaffe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin in meinem Leben einfach zurück. Ich bin voll von Freude und Dankbarkeit. Ich bin voll von Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine feinstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche immer wieder gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Fröhung und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in meinem Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine feinstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin ein Teil einer unendlichen Fröhung und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Ich manifestiere einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in meinem Leben. Ich manifestiere Gesundheit in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Ich manifestiere Glück in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich in Erfüllung habe, kommt in mein Leben einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine feindstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche in Erfüllung. Alles, was ich in Erfüllung habe, kommt in mein Leben einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine feindstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere Wohlstand in Erfüllung. Ich manifestiere alle meine Wünsche in Erfüllung. Alles, was ich in Erfüllung habe, kommt in mein Leben einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine Füße stehen. Mein Unterkostsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue, 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 dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in meinem Leben. Meine vollständigen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Untergroßsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich vertraue meinem Herzen und erfülle meine Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine vollständigen Gedanken und Gefühle und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Untergroßsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfolge gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und Schöpfer aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche in Erfüllung. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Alles, was ich mir wünsche, muss ich mir bloßt, Ich bin voll und schützend. Ich bin voll und schützend. Ich bin voll und Oberfl particle. Ich bin voll und 스트�riere Wohlstand in mein Leben. Ich bin voll und schützend. Ich bin voll und schützend. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine vollstofflichen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterhaussein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung kommen. Ich vertraue meinem Herz und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich in Erfüllung bin, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine vollstoffliche Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterhaussein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Leben. Ich vertraue meinem Herzen und folge meiner Wünsche. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schöpfe aus der Unendlichkeit. Ich bin ein Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir durchstelle, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere gesundheitlich in meinem Leben. 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 Glück in mein Leben. Meine falschen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Unschuldigungen in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke mich aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünschen. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben. Einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Mein Freude und Gefühle und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke mich aus der Unendlichkeit. Ich bin ein Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünschen. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben, einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Ich manifestiere Glück in meine physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Leben. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünschen in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schenke mich aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben, einfach so. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Glück in mein Leben. Glück in mein Leben. Ich positioniere Wohlstand, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schaffte aus der Unendlichkeit. Ich beteile eine unendliche Gefühle und volle Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünschte, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere, Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere, Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere, Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere, Glück in mein Leben. Meine Feindstoffe, die Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schaffte aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere, ich manifestiere, alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zurück. Ich manifestiere, ich manifestiere, Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere, ich manifestiere, Gesundheit und Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere, ich manifestiere, Glück in meinem Leben. Ich manifestiere, Glück in meinem Leben. Ich manifestiere, Glück in der physischen Welt. Mein Unterbewusstsein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue, 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 dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Meine falsche Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Welt. Mein Unterkurs ist eine Position für mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung leben. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünschen. Danke, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin unendlich und schaffe aus der Unendlichkeit. Ich bin Teil einer unendlichen Gefühle und voller Dankbarkeit. Ich manifestiere alle meine Wünsche. Alles, was ich mir wünsche, kommt in mein Leben einfach zu. Ich manifestiere Wohlstand, Gesundheit und Glück. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit, da meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich manifestiere Wohlstand in mein Leben. Ich manifestiere Gesundheit in mein Leben. Ich manifestiere Glück in mein Leben. Meine falschen Gedanken und Gefühle manifestieren sich in der physischen Gelände. Mein Unterkurssein positioniert mich so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich vertraue meinem Herzen und folge meinen Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin relied und sage meinen Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin ein Wünsche in Erfüllung, verabschiedigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020